Einen wunderschönen Freitagabend und herzlich willkommen zu Unicorn. Heute möchte ich mit euch über Gott reden. Das war natürlich nur ein Scherz. Heute geht es so ein bisschen ums Eingemachte und zwar um die Zahlen und Bilanzen. Das Ganze möchte ich mit euch in dieser Videoreihe so ein bisschen durchgehen, da der Beruf Nageldesigner natürlich ein super Beruf ist für Quereinsteiger, um sein Hobby zum Beruf zu machen. Zum einen, weil das natürlich schnell erlernbar ist. In 1, 2, 3, 4 Kursen zum Beispiel oder man bringt sich selber bei. Oder zum Beispiel die Anschaffung ist auch nicht so groß, die Anschaffungskosten. Deshalb ist es natürlich super, um sich damit auch mal beruflich weiterzuentwickeln und sich vielleicht auch mal selbstständig zu machen. Und deshalb möchte ich mit euch in dieser Videoreihe so ein bisschen auf das ganze Thema eingehen, wie man das am besten angeht und was es da für Typen gibt. Ja, bevor wir zu den Bilanzen kommen und zu den ganzen Rechnerreihen, möchte ich mit euch jetzt erstmal so ein bisschen über das Kleingewerbe reden, dessen Tücken und Vorteile und wie man das Ganze am besten angeht, sich selbstständig macht und was es da so zu beachten gibt. Aber bevor wir anfangen, möchte ich noch mal kurz sagen, das Ganze kann sich natürlich auch jedes Jahr ändern. Das heißt, ihr müsst euch so ein bisschen auf dem Laufenden halten. In diesem Video kann ich euch nur sagen, wie es jetzt zur aktuellen Zeit ist. Das heißt, haltet euch auf dem Laufenden, schafft euch einen Steuerberater an, der euch da auf jeden Fall gut beraten kann. Und ja, starten wir jetzt einfach mal mit dem Video. Aber was ist das Kleingewerbe eigentlich? Das Kleingewerbe ist ein kleiner Stups in die Selbstständigkeit oder für Leute perfekt, die das Ganze als Nebenjob machen wollen. Ihr seid erstmal bis zu einem Betrag von 17.500 Euro im Jahr von der Mehrwertsteuer befreit. Das heißt, ihr braucht keine 19% auf eure Dienstleistungen draufschlagen. Aber was heißt das jetzt in einem konkreten Beispiel? Sagen wir mal, ihr nehmt einen Auffüllpreis von 30 Euro, müsstet ihr noch 5,70 Euro draufschlagen, damit ihr die Mehrwertsteuer mit in eurem Preis drin habt. Diese 5,70 Euro müsstet ihr dann an das Finanzamt abdrücken, damit der Staat so ein bisschen lustige Sachen, wie zum Beispiel einen Flughafen bauen kann, der nie fertig wird, oder irgendwelche Brücken, die kein Mensch braucht. Für sowas ist das dann gedacht. Also ihr seid erstmal von diesem ganzen Bums befreit, braucht euch darum erstmal nicht kümmern und ihr könnt euren Kunden natürlich auch günstigere Preise anbieten und dadurch vielleicht auch ein bisschen schneller Kunden generieren und euer Business aufbauen. Dazu komme ich aber später noch einmal im Detail. So, der negative Punkt bei der ganzen Sache ist natürlich jetzt auch, ihr dürft einmal nicht über 17.500 Euro kommen, da müsst ihr wirklich drauf aufpassen, sonst könnte es teuer werden. Und ihr könnt keine Mehrwertsteuer absetzen. Das heißt, wenn auf euren Rechnungen irgendwelche Gelprodukte, 19% Mehrwertsteuer drauf ist, das könnt ihr dem Finanzamt nicht in Rechnung stellen und auch nicht geltend machen. Ja, aber wie kommt ihr an dieses Kleingewerbe ran? Ihr müsst einen Termin bei eurem Gewerbeamt bei euch machen. Das kostet dann 20 Euro. Dann müsst ihr so ein paar Fragen beantworten, was ihr denn genau machen wollt. Und das war es dann eigentlich auch schon. Dann kriegt ihr einen Zettel, eine Rechnung und dann könnt ihr auch schon wieder verschwinden. Einen Monat später oder vielleicht sogar ein bisschen länger, kommt immer darauf an, wie schnell das Finanzamt ist, bekommt ihr einen Wisch vom Finanzamt, so einen Fragebogen und da müsst ihr das Ganze dann ausfüllen. Und da ist es dann ganz wichtig, das Kleingewerbe richtig auszufüllen. Macht das am besten mit einem Steuerberater zusammen, weil der genau weiß, wo ihr die richtigen Haken setzen müsst. Denn das Ganze ist nicht wirklich verständlich für den Otto-Normal-Bürger. Das ist so ein bisschen Beamten-Deutsch. Ihr müsst natürlich nicht unbedingt mit einem Kleingewerbe anfangen. Würde ich euch aber empfehlen, weil ihr euch dann so ein bisschen auf die Situation einstellen könnt, ein bisschen üben könnt, ein bisschen mit den Kunden umgehen könnt. Und ja, ist auf jeden Fall erstmal der einfache Weg. Wenn ihr aber dennoch das Ganze nicht direkt als Kleingewerbe anfangen wollt, sondern direkt voll einstarten wollt, voll loslegen wollt, dann könnt ihr das Ganze natürlich auch machen. Dann dürft ihr natürlich auch die 19% von euren Rechnungen absetzen, müsst aber auch 19% auf eure Dienstleistung draufschlagen. Die Frage ist nun natürlich auch, wollt ihr in dem Kleingewerbe bleiben? Also wollt ihr das Ganze als Nebenjob machen? Oder wollt ihr richtig durchstarten, ein Nagelimperium gründen, die Weltherrschaft vielleicht sogar? Dann müsst ihr natürlich aus diesen 17.500 Euro einmal ausbrechen. Und was dann passiert, erzähle ich euch jetzt. So, was passiert jetzt, wenn ihr über die 17.500 Euro bekommt? Erstmal passiert gar nichts, weil ihr seid erstmal in einem Übergangsjahr. Dieses Übergangsjahr ist erstmal dafür da, um euch an die neue Situation zu gewöhnen. Das heißt, ihr könnt eure Preise anpassen und euch schon mal langsam drauf vorbereiten, dass ihr bald 19% Mehrwertsteuer zahlen müsst. Dieses Übergangsjahr fällt aus, wenn ihr über einen Jahresumsatz von 50.000 Euro rüberkommt, was aber wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich ist, wenn man ein kleines Nagelstudio hat. Das bedeutet jetzt, dass ihr nochmal an den Rechenschieber müsst und eure Preise durchkalkulieren müsst, weil ihr müsst jetzt nochmal 19% draufpacken. Das heißt aber auch, dass ihr 19% eurer Rechnungen absetzen könnt. Das Finanzamt berechnet das Ganze so, dass wenn ihr zum Beispiel 1.000 Euro ans Finanzamt abdrücken müsst, von eurer Mehrwertsteuer quasi, ihr reicht die quasi ja nur vom Kunden zum Finanzamt durch, von diesen 1.000 Euro werden dann die 19% eurer ganzen Rechnungen abgezogen und ihr müsst dann quasi nur noch die Differenz zahlen. Das ist zwar nur ein kleiner Trost, aber besser als gar nichts. Dann kommt noch etwas auf euch zu und zwar, wenn ihr über einen Betrag von 24.500 Euro drüberkommt, müsst ihr noch Gewerbesteuer zahlen. Ja, das sind so ungefähr 3,5% Pi mal Daumen, aber dann müsst ihr nochmal genau euren Steuerberater fragen. Aber wie bereitet man sich jetzt am besten auf diese Übergangszeit vor? Erstmal müsst ihr euch die Frage stellen, wollt ihr über diese 17.500 rüberkommen oder wollt ihr in eurer Komfortzone bleiben? Egal, was ihr von den beiden machen wollt, ihr müsst auf jeden Fall die Zahlen im Auge behalten. Nicht, dass ihr aus Versehen über die 17.000 drüber hinwegkommt oder ihr müsst es im Auge behalten, wenn ihr über die 17.500 wegkommt. Denn es ist ganz wichtig, dass ihr dieses Übergangsjahr auch nutzt, um euch darauf vorzubereiten, was auf euch zukommt. Also, wenn ihr in diese Regelbesteuerung rein möchtet und euer Studio weiter ausbauen wollt, müsst ihr natürlich gucken, wie bringe ich dem Kunden bei, dass er jetzt plötzlich 5,70 Euro zum Beispiel mehr zahlen muss. Das Ganze könnt ihr entweder so machen, dass ihr euch das Ganze in Etappen aufteilt. Zum Beispiel, wenn ihr die 10.000 im Jahr erreicht habt, dann haut ihr einen Euro drauf. Oder wenn ihr dann die 20.000 oder 15.000 erreicht habt, haut ihr nochmal einen Euro drauf. Das ist ein Weg. Dann könnt ihr es natürlich zeitabhängig machen. Immer so ein bisschen erhöhen, ganz leicht. Damit der Kunde nicht erschrickt, ganz wichtig. Und ihr könnt natürlich auch direkt von Anfang an eure Preise so rechnen, dass ihr diese 19% mit reinmacht. Da könnt ihr natürlich das Ganze so ein bisschen mit einem Gutschein tarnen. Gutschein für Neukunden zum Beispiel. 5 Euro Rabatt, wenn jetzt ein Neukunde reinkommt, um den Ganzen so ein bisschen die Verlockung zu geben. So, ja, grüß sie miteinander. In der heutigen Lesestunde. In der heutigen Lesestunde. Zoom mal ein bisschen rein. Kannst du das auch mal aufzumachen? Jetzt habe ich erst, dass man mich sieht. Nee, jetzt mache ich das nicht. Man sieht dich nicht. So, ich wollte gerade das Video schneiden. Ich bin gerade, also wir sind gerade in Zürich, Urlaub. Ein Vlog dazu gibt es natürlich auch noch. Der wird aber in ein, zwei, vielleicht sogar drei Wochen kommen. Ich weiß noch nicht genau, wann ich jetzt schaffe, den zu schneiden. Deshalb ist das jetzt so eine kleine Zeitblase. Ja, ich wollte das Video schneiden und habe dann gemerkt, dass die letzten paar Dinger total Grütze sind und der Ton scheiße. Deshalb muss ich das Ganze jetzt hier aus Zürich noch einmal neu machen. Ja, fangen wir doch mal an mit, oder machen wir mal weiter mit dem Steuerberater. Ist auch nicht mehr viel, was ich sagen muss. Ich wollte eigentlich nur noch sagen, dass der Steuerberater hat eure Zahlen nicht im Auge. Also nicht so, wie ihr es wahrscheinlich denkt. Ihr müsst da so ein bisschen aufpassen. Vor allem auch rechtzeitig eure Steuererklärung abgeben, damit er die Chance hat, sie im Auge zu haben. Sagen wir mal, ihr habt 2016 euer noch Kleingewerbe gehabt. Dann ist jetzt 2017, da seid ihr über den 17.500 Euro. Das heißt, ihr werdet jetzt quasi in eurem Übergangsjahr. In diesem Übergangsjahr braucht ihr ja noch keine Steuernzahlen. Und ihr gebt jetzt erst Ende 2017 eure Steuererklärung dem Steuerberater. Dann kann er euch natürlich nicht vorwarnen, dass ihr jetzt ab 2018 in die normale Besteuerung reinkommt. Und wenn ihr es nicht im Auge habt, dann wisst ihr das natürlich auch nicht und habt das Übergangsjahr quasi verschwendet oder vergeudet. Gut, das heißt, ihr müsst ab sofort 19% Mehrwertsteuer zahlen und das kann einigen das Genick brechen. Ja, genau. Ja, dann war es das auch schon fast mit dem Video. Eins möchte ich noch sagen, wenn man das Ganze natürlich in einer Vollbesteuerung machen möchte, das heißt, dass ihr diese 19% zahlen wollt, kann man natürlich auch ein bisschen mehr Service anbieten. Ihr habt euch schon ein bisschen eingearbeitet, habt vielleicht andere Öffnungszeiten, bessere Öffnungszeiten. Das heißt, ihr macht das Ganze nicht mehr als Nebenberuf und könnt den Kunden somit auch ein bisschen mehr Service bieten. Das ist natürlich nur ein kleiner Trost für diese 19% Mehrwertsteuer, diese zu zahlen. Aber wenn man sich das Ganze vernünftig einteilt, funktioniert das eigentlich auch ganz gut. Ja, das war es auch schon mit dem Video. In den nächsten Videos werden wir dann so ein bisschen darauf eingehen, wie ihr das Ganze am besten im Blick habt, wann ihr quasi über die 17.000 seid, wie ihr euch das dann schön rechnet, dass ihr das Ganze dann auch übersteht, das Übergangsjahr, und dann in die Vollbesteuerung vernünftig reinkommt. Ja, dann würde ich sagen, Scherenteilen, Liken, Abonnieren und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen, dann auch wieder aus Dortmund. Ja, bis zum nächsten Mal, euer Chris.